Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Zapp Budokai Tenkaichi 4 Im heutigen Part spielen wir gegen Kevlar, ihr habt es euch gewünscht, es wird gemacht, oh mein Gott, Hilfe Aua Hallo, oh Kevlar, Schimmer Ja, okay, das war einmal gezielt diese Kacke benutzt Ich also hasse Nope Oha Yo, alles klar Wieso spammt ihr denn so hart? Was ist denn mit Kevlar? Gotcha Oh mein Gott, ich hab Anime-Vibes Alter Ich wollte es eigentlich nicht genauso enden wie Goku im Anime Was? Okay, jetzt zahlt ihr mir wirklich alles heim Na warte Kame Hame Verdammt Hä? Alter What? Hallo Was? Alter Kevlar, beruhig dich, bitte Alter Was ist denn mit der Er eskaliert ja komplett Tia hat irgendwas genommen Die ist auf irgendwas 100% Hallo Junge Chill mal jetzt Ja, okay Ich wusste gar nicht, dass die jetzt schon God of Destruction ist Was? Alter Warum klappt God Bind nie? Das gibt's ja nicht Hallo Hör auf damit Ah Okay Alles klar Kein Problem Jetzt kommt gut und super Sane Als Time Patroller Du hast gegen das Zeitreiserechtfahrt stoßen Jetzt wirst du erstmal Geschlachtet Oh nein Du bist viel stärker als die Kevlar, die du eigentlich sein solltest Und deswegen werde ich dich aufhalten Warum haben sie nicht Chunks geschickt, man? Ja Nimm das mit You impact Ai, ai, ai Was? Ja Was? What the hell? Ich finde das auch witzig Ich habe einmal einen Kommentar gelesen jetzt Dass ich ja bitte Nahkampfkompos üben soll Kann ich nachvollziehen Ich finde Nahkampf sieht auch echt geil aus in dem Game Aber Ihr seht selber, was passiert, wenn ich in Nahkampf gehe Ja Schläge werden geblockt Gekontert Was weiß ich Ja Das macht nicht so viel Sinn, ne? Wenn ich gewinnen will Also klar Mach ich auch Jetzt Machen wir Punkt Hallo Kerlo, Kevlar Du bist doch nicht God of Destruction Junge, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Meine Fresse Ja, klar Trifft der Angriff What the fuck Die ist nicht mal God of Destruction Und er eskaliert so Jetzt reicht's Demonic Destruction Bin ich gerade dem Links ausgewichen? Nicht schlecht Tschüss Mann, steh doch schneller auf Weil es die ganze Zeit so übel schnell Und dann das Tschüss Nein, nein, nein Hallo, Piccolo Blocken Du bist stärker als diese Fusion Ach komm Ey, wir kriegen so hart auf die Fresse Was ist denn hier los? Wusstet ihr nicht, dass Kevlar auf Crack ist? Frist das! Den mag dich zu... Hallo? Yo Man pumpt! Was? Die lässt es gar nicht erst zu einem normalen Clash kommen Hallo? Alter Das kann's jetzt... Das kann's jetzt nicht sein Ja, natürlich Alter, Kevlar Bitte Alles klar Ich weiß nicht, was mit ihr los ist Aber die macht uns ja absolut fertig Ich hab gar keine Chance Ich kann hier nichts machen Okay, jetzt reicht's Es geht nicht anders Frist das! Super Demon Cannon! Ja! Natürlich Yes 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 Boah Das gibt's ja nicht Boah Die Verwandlung in Riese war echt nötig Aber wie sollen wir denn jetzt diese Form bitte schaffen? Ey, was war das? Die hat uns so schon fertig gemacht What the hell? Ich will die jetzt auch gar nicht in die stärkere Form machen Weil ich, äh, tatsächlich die KI von der Baseform krass finde Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn die sich verwandelt Und wenn, dann sollen die das bitte selber machen Für die dramatischen Effekte im Kampf Ja Ah, in der Hölle Ja, da gehört's auch hin Meine Fresse Ach, come on Ey, das kann's nicht sein Jetzt macht die sogar noch eine Milliarde Damage Oh nein, dreh dich bloß zu ihr Ja Sie hat ja eigentlich eh schon genug gespammt Tschüss Okay, okay, okay Lade, Goku Dragon first! Ja! And you take this! Äh, 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 äh Dragon first! Oh, Fullspeed Oh, ging der Fullspeed Rush daneben? Das tut mir aber leid Äh, 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 nix da Fuck me! Ah! Nein! Fuck! Das kann's ja nicht sein Ah! Nein, hör auf, Kiff! Alter, das What the hell? Ah! Die dodged das aber auch alles Ah, nein! Ah, nein! Ja, danke, Goku Du musst natürlich den Schritt nach vorne gehen Macht Sinn, ne? Fristus! Äh! Noch mal die Divine Dragon first! Äh! Äh! Ja! Äh! 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 Tja! Ich lass mich sicherlich nicht besiegen What? Äh? You ask for it! Äh! To go! I'm a further beyond! KAYOKEN! Äh! 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 Verdammt! Ich meine die Kajucken bringt was! Äh! Hi! Das ist der Super Saiyan Blue! Verdammt! Wir haben aber gut damit gemacht Hahaha! Okay, es reicht. Du bist viel zu stark. Du musst aufgehalten werden. Du solltest nicht in der Hölle sein. Verdammt doch mal. Ihr solltet eigentlich im Turnier der Kraft kämpfen. Und jetzt werde ich dich aufhalten. Denkst du, du kannst wirklich mit mir mithalten? Ja! Ich war schon auf schwierigeren Missionen. Na warte! Tja! Du hast keinen Vater aus dieser Zeitlinie besiegt. Das finde ich nicht in Ordnung. Dafür wirst du bezahlen. Nimm das für Power Energy Wave! Verdammt. Ah! Immer in die Kroniwälen, Mann! Verdammt doch mal! Wäre doch nur Trunks hier. Wir hätten verzieren können. For Power Energy Wave! Ich muss es auch ohne Trunks schaffen. Tja! Weg mit dir! Weg mit dir! Agatia! Was? Ich hab dir nicht mal gekratzt. Es reicht! Dafür wirst du bezahlen! Kamehameha! Na, wie gefällt dir das, Kevlar? Ich will mich einfach verstecken, aber das klappt nicht. Egal, wir laden einfach weiter. Wir haben die den Vorteil. Wir haben sogar zwei Vorteile. Und zwar, dass dieser Angriff safe durchkommt. Meteor Impact! Der verfolgt eh über die halbe Map. Oh, was? Ey, das ist doch... Das ist doch ein Prank. Bitte sag mir einfach, dass das ein großer Prank ist. Hör! Ah! Verdammt! Nein! Lass das! Ah! For Power! Ich werde gewinnen! Ah! Nein! Ey! Hat dir jemand beigebracht, dass man Menschen, die auf dem Boden liegen, nicht angreift? Verzieh dich! For Power! Nimm das! Ah! 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 Stirb! Und damit haben wir gewonnen! Okay, so you're tough. Let's go! Okay, die Stufe haben wir tatsächlich ein bisschen besser geschafft. Es lag an der Hölle. Ich glaube, ich habe so einen Boost in der Hölle. Okay, warte mal. Aber diesmal... ...gehen wir Blue direkt. Mit den anderen sind wir auch schon Final Form. Und... God of Destruction! Let's go! Sehr gut! Last one! Ich bin mal gespannt... ...wie das jetzt hier... ...wird. Kevlar ist auf jeden Fall kein leichter Gegner. Oh, there it is! Kommt einfach reingestappt wie Ultimate Gohan. Ey, was ist das denn? Was? Hallo? Oh, hell no. Oh, fadam. Da hätte ich vielleicht ein bisschen aktiver sein sollen. Uah! Verdammte Kacke! Kaioken! What? Hey, 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 hey! Ah! Nimm das Kaioken! Ah! Boah, ich glaube hier die ganzen... ...Äh... ...Clashs oder sowas, die werden so geil... ...Ah! Die werden so geil im Budokai Tenkai... ...Äh, 4. Also quasi Sparking Zero. Ah! Nein! Ja! Das gibt's nicht! Was? Ich muss es tun! Kaioken! Take this! Kame... ...Hame... ...Haaaaa! Was? Das geht's ja nicht. Das war's. Verdammt, ich hab keine Kraft mehr. I'm just getting started, Bruder. Ich hoffe, du kriegst da irgendwas gestartet. Aber... Ja, das war's. Ey, was soll ich da machen? Ich mach Gott Kamea mehr in ihr Gesicht. Eigentlich sollte es treffen, aber... ...Sie kann's mit einem normalen Schlag abbrechen. Ja, klar. Natürlich. Ja. Alles klar. Nein! Ah, wer ist der andere Muff gewesen? Wär besser. Ganz ehrlich. Anderer Muff wär besser gewesen. Fress das, meet your impact! Oh, wir treffen. Nice. Ja! Ja! Fress! Hahaha. All right. Ja. Nein! Ah! Nimm das! Oh mein Gott! Full Power Energy Wave! Fuck! Oh mein Gott! Ah! Oh, Base Horn High! Aber wenn ich zurück verwandele, ist das nicht so schlimm. Das ist doch nicht, was er drauf hat. Ich bitte, dass er denselben Move nochmal drauf hat. Meteor Smash! Oh! Ist ein anderer Move? Ich bin jetzt halt ein bisschen absurd hier. Nee, 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 nee. Wann bekomme ich da echt kein Key dabei? Das wär gut. Take this! Meteor Smash! Ist das der selbe Angriff? Ah, nee! Okay, interessant. Das ist quasi die Divine Dragon Fist. Nur ein wenig anders. Nächster. Nächster. Take this. Super Saiyan! Super Kamehame! Ha! Time to go full power. Nimm das! Kamehame! Ha! Wieder Base gehen. Zack. Da geht Key Segnus direkt weg. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, was unsere Ult ist. Ob unsere Ult... Ah, ist auch ein Super Kamehame. Time to go Super Saiyan again. Ha! Kamehame! Ha! What? Nein. Oh, nein. Oh, hell no. Ha! Ja! Was ist ihr Plan? Mist, ich wollte von hinten kommen. Okay, das wird nichts. Aua. Gut, nur hast du dich gut geschlagen. Wir sehen zumindest ihre Leiste schon mal. Wie viele Leisten sie jetzt hat. Piccolo, es liegt an dir. Okay. Taktischer Riesen-Sein-Wechsel. Demon Destruction Wave! Oh nein. Aua! Was? Das Ding ist, jetzt kann die halt nicht mehr ihren Move machen da. Hallo, lass dich doch treffen! Hallo? Alter, Piccolo kann das einfach dodgen? Ich dachte, die kontern das immer. Aua! Nimm das! Alter, hör auf zu dodgen! Haha! Genau aus dem Grund habe ich das gemacht. Weil ihr Allzehr angefangen, den sie immer spammt, ist der. Hallo? Machen wir einen Punkt jetzt. Hallo? Oh, ich habe Explosive Wave drauf. Cool. Alter, bleib da einfach weg. Taktis! Yes! Es ist möglich, wir können gewinnen. Alter! Hallo? Hallo, Spielstopp! Hallo, Spielstopp habe ich gesagt. Unfair. Die haut mich. Du weißt nicht, mit wem du dich hier anlegst. Aua. Doch. Hallo? Piccolo, was war das? Taktis! Ja gut, wenn der getroffen hätte, hätte ich mich auch gewundert. Ja! Alter, nein! Die spammt! Ich hasse das. Ja, wow! Nein, Piccolo! Dafür wirst du bezahlen, Kevlar! Stirb! Demon Flash Strike! Oh, come on, Alter! Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig hier. Das ist ein Trauerspiel. Super Massenko! Na ja, immerhin bin ich nicht hier nur zurück im Base-Farm. Ey, komm! Das ist der Grund, warum ich mich schön in Riese verwandelt habe, weil die den Move die ganze Zeit spammt. Junge, die ist schlimmer als ich. Ich wechsle meine Moves wenigstens noch ab. Hallo, darf ich den Arm mal aufladen? Nur weil du die ganze Zeit full bist, heißt das nicht, dass du jetzt die ganze Zeit hier abfucken kannst? Ja, natürlich. Du lädst ja eh nicht schnell genug Key. Alter, Gohan, es kann nicht sein, dass du nichts schaffst! Reche Piccolo! Wow! Ja, das war's. Wie absurd ist das? Wie fucking absurd! Bei einem Charakter hat sie auf einmal so übel Probleme, beim anderen, die one-shottet den. Ich konnte nichts an Damage machen mit ihm. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin hier! Gottlieb Display! Es reicht, Kevlar, du hast genug angerichtet. Stimmt. Kamehameha! Ja, geil, ja, okay, alles klar, ja. Sehr nett, ja. Nix da, Aua. Mann! Ich kann da nichts gegen tun! Der Move ist absolut ekelhaft! Weil wenn ich zu oft blocke und die kann ich ja spammen, war's das. Da krieg ich halt einen Konter und krieg danach trotzdem die Gold ab. Das ist halt total absurd. Ja, wow. Hallo! Hallo, Goku, bitte aufstehen. Oh mein Gott. Du bist Ultra Instinct Doku, Mann. Das kann doch nicht sein! Oh! Ich muss auf meine... Was? Hallo? Nein! Hör auf! Kevlar, nein! Alter! Nicht mal auf meine Ult darf ich hier kommen. Okay, dann würde ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, dann ist gerne ein Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und schreibt in die Kommentare, welche Charaktere ich spielen soll, beziehungsweise die Gegner. Bis dann und ciao! Euer Feilexer, haut rein! Bis dann!